Ich komme zu wenig, vielleicht immer noch ein bisschen. Dann würde es in die nächste Runde kommen. Jetzt Neue anzuwerben wäre dämlich. Ich kann es dann in 30.000, 30.000, da Neuen anzulernen. Das wäre sehr total dämlich. Aber das ist schon gut. Einmal im Monat hat man gute Laune. Nichts? Jetzt ist es. Wir lange vom Monat kann man wehren. Oh, meine Frau hat jemand 별로 schneller. Oh, das ist natürlich Schiss.